meine lieben jetzt endlich das auflösungs video zu den verschiedenen wettbewerben wo ich euch mitgenommen habe beziehungsweise auch nicht ich beginne mal mit dem hier und zwar farbverlauf blau ist euch sicherlich in erinnerung gab es ein video dazu da habe ich den platz drei belegt ist ein all in one gewesen das heißt alle werke sind in einem topf gelandet und dann wurde bewertet fullcover das fullcover was ihr hier seht habt ihr auch im video gesehen da gab es eine teilnahmeurkunde dann der glitzer verlauf da gab es in der kategorie der fortgeschrittenen den siebten platz nachmalen war das hier moment mal ich versuche euch mal in meinen halter einzusetzen damit es nicht so wackelt wie gesagt dieses nachmalen wurde mit einer platz sieben urkunde belohnt dann gab es noch dieses nachmalen hier ja da habe ich den dritten platz belegt hat mich auch sehr darüber gefreut beim wettbewerb nude pastell gab es eine teilnahmeurkunde das schmuckstück farbenfroh ist bei mir der einkaufswagenchip gewesen da habe ich ebenfalls eine teilnahmeurkunde bekommen dann der valentinstag hier zu sehen da habe ich platz 4 belegt bei den fortgeschrittenen ich starte in den meisten gruppen in der fortgeschrittenen kategorie weil ich jetzt mir die nägel schon seit zwei jahren mache ich habe keine schulung und habe auch nur ein paar freundinnen die ab und an meine kunst und zeit in anspruch nehmen ja dann habe ich hier noch den wettbewerb winterstyle und passend dazu die urkunde mit platz 4 weiß nicht ob das ach so auch wieder ein all in one ja dann habe ich noch hier diese nägel beziehungsweise den nagel ich versuche den mal näher heranzuholen den habe ich in der gruppe 78 nails gemacht thema weltall das video folgt noch das muss ich erst noch bearbeiten und da gab es eine teilnahmeurkunde zu dem schmuckstück finde ich leider keine urkunde mehr da habe ich aber ebenfalls eine teilnahmeurkunde bekommen das weiß ich noch dann gab es hier im wettbewerb 100 ja ich lache mich tut keine ahnung jedenfalls habe ich da auch in dem wettbewerb teilgenommen und diese nägel eingereicht ein schönes wrench mit leichtem stamping und habe siehe da den platz 4 belegt ich hoffe ich konnte eure neugierde jetzt stillen und habe damit endlich die auflösung gebracht es sind wie immer weitere wettbewerbe am laufen und es kommt dann ich denke mal ich belaste das so in der form es kommt dann wieder eine auflösung als kleines video wer mehr wissen möchte da schreibt mich einfach privat an oder setzt es in die kommentare ich reagiere dann sobald wie ich das lese und die zeit habe bis dahin danke fürs zuschauen und wem es gefällt kann auch gerne mal einen daumen nach oben geben ich wünsche euch viel spaß und sagt bei bei eure katrin